Hallo und herzlich willkommen zu einem Adventsinterview auf meinem Kanal Zeitenwende. Mein Name ist Marco Fröhlicke. Mein heutiger Gesprächsgast ist Dr. Markus Krall, den ich, denke ich, unseren Zuhörern nicht nochmal explizit vorstellen muss, Bestsellerautor und Ökonom. Markus, herzlich willkommen zum Interview kurz vor Weihnachten. Grüß dich, Marco. Ja, es ist Weihnachten schon richtig, ne? Es ist Weihnachten schon richtig in unserem Herzen. Die Gemengelage aus der Berichterstattung versucht einen nochmal ein bisschen mit der Schwerkraft nach unten zu befördern, aber wir sind froh und mutes. Nichtsdestotrotz, vielleicht ganz kurz, um die aktuellen Themen aufzubringen. Die Ampelregierung hat gerade Einigung erzielt in ihrer Haushaltsdebatte. Das bedeutet, trotz Rekordsteuereinnahmen in den letzten Jahren weiterhin Steuererhöhungen, jetzt CO2, Plastikverwendung und so weiter. Was konkret bedeuten die weiteren Steuererhöhungen für den industriellen Mittelstand und für die deutsche Mittelschicht? Ja, also zunächst mal betätigt sich diese Regierung, wie soll ich sagen, als Weihnachtsgrinch. Anders kann man das noch kaum auffassen. Nach der Wiese, Robert, ich verderbe euch euer Weihnachten, Habeck und Scholz und was da sonst noch hier im Lande das Sagen hat, betätigen sich ja im Grunde genommen als Abfragregierungen. Anders kann man es nicht mehr sagen. Wir haben, du hast es gerade schon korrekt gesagt, höchste Steuernahmen, Rekordsteuereinnahmen, die höchsten ever. Trotzdem reicht es dieser gierigen politischen Klasse nicht, um ihre Verschwendungssucht zu befriedigen. Sie haben natürlich die Steuern erhöht. Was hätten sie auch sonst tun sollen, angesichts ihres Unwillens irgendwo den Rotstift anzusetzen? Weder wurde er angesetzt bei den Leistungen in Höhe von 55 Milliarden für abgelehnte Asylbewerber, noch wurde er angesetzt beim Friseur des Kanzlers, der, wie ich neulich gelesen habe, alleine irgendwie 100 Euro am Tag oder so braucht für seinen Friseur. Ich frage mich, wo sind die Haare, die er da pflegen lässt, aber vielleicht geht es auch gar nicht um die Kopfbehaarung. Ich weiß es nicht. Man spart auch nicht am Visagisten der Außenministerin, man spart nicht an dem Stilberater derselbigen Person. Also all das sind heilige Ausgaben, die werden wir nicht anfassen. Stattdessen gehen wir also her und belasten den Bürger und die Industrie mit einer riesigen Steuererhöhung, einer der größten Steuererhöhungen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und er findet gleich noch eine neue Steuer, eine Plastiksteuer. Die lange Liste der Steuern und der Steuerverwaltung wird noch länger. Wir belasten alle, die dieses Land zusammenhalten, indem wir vor allen Dingen die Energiepreise erhöhen. Und die Folgen werden klar sein. Die Folgen sind ganz simpel. Mitten in der Rezession, und wir haben eine Rezession, mitten in der Rezession die Steuern zu erhöhen, bedeutet, dass die Rezession massiv tiefer wird. Damit wird man nicht das erreichen, was man erreichen wollte, denn die Vertiefung der Rezession und die schnellere Schrumpfung der Wirtschaft wird die Steuerbasis erodieren. Und zwar nicht nur für die Steuern, die man gerade erhöht hat, sondern für alle Steuerarten im Wesentlichen. Das heißt also, die Verluste an Steueraufkommen, die werden wahrscheinlich den größten Teil dieser jetzt erhofften Steuermehreinnahmen auffressen. Aber das ist etwas, was den Verstand dieser Regierung leicht übersteigt. Das Zweite ist, dass wir hier einen massiven inflationären Schub zu erwarten haben. Die Verteuerung der Energie, die Erhöhung der Mehrwertsteuer, das alles geht ein in die Teuerungsstatistik, also in die Inflationsrate, in die gemessene Inflationsrate. Das allerdings wird einen interessanten Schubstangeneffekt auslösen. Und zwar deswegen, weil diese gemessene Inflationsrate reflektiert ja gar nicht die tatsächlich innere Inflation, weil sie gar nicht auf Marktmechanismen von Angebot und Nachfrage basiert, die dann auf breiter Front die Preise erhöhen, obwohl diese Erhöhung der Preise auf breiter Front passieren wird, durch die Mehrwertsteuererhöhungen und durch die Energiesteuererhöhungen, die sich natürlich dann auch durch die ganze Produktionskette durch fortpflanzen. Aber in Wahrheit haben wir ja schon deflationäre Tendenzen. Wir haben ja in den letzten Monaten gesehen, die Inflation ist stark rückläufig. Nicht allein deswegen, weil die Zinspolitik der EZB wirkt. Das tut sie in einem gewissen Umfang auch. Sondern vor allen Dingen, weil die Zinspolitik der EZB die Blasen angestochen hat. Wie auch der FED die Blasen angestochen hat. Diese Blasen sind gewaltig. Die schrumpfen jetzt mit hohem Tempo. Und das lässt die ganze Lage von der Inflation in die Deflation kippen. Ein Tierchen, das nicht weniger gefährlich ist als die Hochinflation. Die Tatsache, dass wir aber jetzt durch die Steuererhöhungen die gemessene Inflation für einige Monate deutlich höher sehen werden, als sie eigentlich wäre, ohne das, wird dazu führen, dass die EZB glaubt, dass die Inflation höher ist. Und dass die inflationären Kräfte stärker noch wirken, als das tatsächlich der Fall ist. Und das wird sie davon abhalten, die Zinsen schneller zu senken. Und damit werden die Blasen stärker deflationieren. Und die Rettungsorgie, die dann notwendig sein wird, wird größer sein. Die Krise wird tiefer werden. Und damit natürlich auch die ganzen Steuerausfälle, die dann unvermeidlich sind. Die Notlage, die die Regierung herbeifantasiert und herbeihalluziniert, die wird sie mit dieser Politik selbst schaffen. Das heißt, das Thema, was wir gerade erleben, jetzt doch mit der Erhöhung der CO2-Abgaben und so weiter, wird ein weiterer Sargnagel sein für die produzierende energieintensive Industrie und den Abwanderungstrend weiter beschleunigen, da in Ansicht nach? Beides ganz sicher. Es kann in diesem Land energieintensiv nicht mehr wettbewerbsfähig produziert werden, in anderen Ländern aber sehr wohl. Dort macht man auch schlecht und falsche Politik, aber bei weitem nicht so schlecht und falsch wie die deutsche. Und deswegen werden die Industrien dahin gehen, wo Energie noch erschwinglich und kostengünstig ist, ins europäische Ausland, in die USA, aber auch nach Übersee in andere Länder. Das heißt also, wir werden hier eine stärkere Abwanderungstendenz sehen. Wir werden eine massive Erhöhung der Inputkosten für die übrigen Industrien sehen, denn die energieintensiven Industrien sind ja quasi ein Ausgangspunkt der Lieferkette für andere Industrien. Also dort werden ja Kunststoffe produziert, dort werden Teile produziert, dort werden Zulieferteile für Automobilindustrie produziert, für Maschinenbau, für Flugzeugbau, für alles, was kompliziert ist. Und dementsprechend wird sich das in andere Industrien übersetzen. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Zulieferindustrien hier im Land für die energieintensiven Industrien und für die Abnehmer der energieintensiven Industrien auch einen Nachfrageeinbruch erleben werden. Und das kann nicht ohne weiteres substituiert werden. Mittelfristig können die sich anders orientieren, können dann im Ausland sich neue Kunden suchen, aber kurzfristig wird das nicht möglich sein. Das heißt, auch das wird nochmal zu strukturellen Anpassungsproblemen führen. Wir werden also nicht nur eine Schrumpfung der energieintensiven Industrien sehen, sondern auch eine Schrumpfung des Dienstleistungssektors, und zwar auf zwei Fronten. Erstens der gesamte Dienstleistungssektor, der als Zulieferer agiert für die Industrie. Das gilt insbesondere für den Software- und IT-Bereich. Und zweitens die gesamten Dienstleister, die wiederum selbst energieintensiv sind und die man sich ja jetzt gezielt zu sagen noch als Opfer rausgesucht hat, nämlich die ganze Gastronomie. Also der Gastro-Bereich wird im Grunde genommen um eine Preiserhöhung von 10 bis 20 Prozent nicht herumkommen. Das ist für viele nicht mehr erschwinglich. Und das bedeutet, dass der Gastro-Bereich wahrscheinlich in die größte Pleiten- und Schließungswelle eintritt, die es je gegeben hat in der Bundesrepublik. Jetzt könnte man ja zynischerweise sagen, die Abwanderung von energieintensiven Betrieben passt dann zur Tragfähigkeit unseres Energiesystems in Deutschland. Wenn wir die Frage nochmal aufwerfen, Es gibt viele Menschen, die stellen es in Frage, dass wir überhaupt gefeit sind, durch einen harten Winter zu kommen mit der Energiepolitik, die wir betreiben. Müssen wir damit rechnen, deiner Meinung nach, dass der Strom auch mal eines Tages rationiert wird für Industriebetriebe, auch für die Privathaushalte? Wie schätzt du das ein? Das wird ja schon vorbereitet. Man baut jetzt aller Orten diese sogenannten Smart Meter ein. Die dienen nichts anderem als dem Zweck, die Energieversorgung, wie es so schön euphemistisch heißt, zu dimmen bei Bedarf. Das heißt, dann wird das Licht halt weniger hell, dann flackert das, dann werden wir das hier erleben in der Energieversorgung der Privathaushalte, was Entwicklungsländer früher mal, heute ja nicht mehr, aber früher mal als tägliches Ding erlebt haben. Das heißt also, das Abstellen der Energieversorgung, stundenweise abstellen oder mehrstündige abstellen. Denn irgendwann mündet es darin, dass es nur noch zu bestimmten Tageszeiten überhaupt Energie gibt, wenn man diese Politik dann an ihr konsequentes Ende führt. Wie das aussieht, kann man aktuell zum Beispiel in Südafrika begutachten. Ein Land, das noch vor 30 Jahren energetisch Selbstversorger war, bei dem es nie zu Stromausfällen gekommen ist, also praktisch nie zu Stromausfällen gekommen ist. Das ist jetzt so dort, dass in weiten Teilen des Landes nur noch zu bestimmten Uhrzeiten, die den Leuten vorher angekündigt werden, überhaupt Strom aus der Steckdose kommt. Und zu anderen Uhrzeiten eben nicht. Und wenn man diese Energiepolitik so lang genug betreibt, dort war es allerdings nicht die Energiepolitik, sondern die generelle Wirtschaftspolitik, Enteignung, Verstaatlichung, Nationalisierung, sozialistische Wirtschaftspolitik, Umverteilung, ja, dann im Grunde genommen auch die ganze sogenannte Regenbogenagenda, dort hat man sie ja zuerst ausprobiert, dann drauf zu bestehen auf rassischen Quoten bei Eigentum und Management und bei allem, was natürlich dann dazu geführt hat, dass inkompetentes Management in vielen Unternehmen gewaltsam ans Ruder gesetzt worden ist. Die Dinge, die haben sich dort auch aufakkumuliert, aber es ist im Prinzip die gleiche sozialistische Ideenwelt. Oder Venezuela, das Gleiche. Oder eben auch Argentinien, um sozusagen im Beispiel zu bleiben. Argentinien hat jetzt über viele, viele Jahrzehnte sozialistische Wirtschaftspolitik gesehen. Dort haben wir aktuell weit über 100 Prozent Inflation. Der neu gewählte Präsident Milley hat es ja vorgerechnet, dass die Geldmenge, die man schon in Umlauf gebracht hat, ausreichend ist, um die Inflation auf 15.000 Prozent hochzutreiben. Ja, ich glaube, in seiner Inaugurationsrede hat er das gesagt, dass das also eine Möglichkeit ist, die unter allen Umständen verhindert werden muss. Dementsprechend scharf sind jetzt die Einschnitte. Das ist genau das Problem, vor dem wir auch stehen werden über kurz oder lang, weil natürlich Inflation kommt entweder durch Geldmengenausdehnung zustande oder durch Einschränkung der Gütermenge bei gleichbleibender Geldmenge. Also das Verhältnis von Geld zu Gütern, wir drehen an beiden Schrauben. Wir erhöhen die Geldmenge und senken die Gütermenge. Das muss man auch erst mal schaffen. Glaubst du denn, dass die aktuelle Bundesregierung jetzt in dieser schweren Gemengelage, also man darf mal unterstellen, da gibt es auch ein paar kluge Köpfe im Beraterstehen, die das eigentlich blicken müssten, vielleicht wieder von dem Atomausstieg abkehrt, um hier zumindest die Tragfähigkeit unserer Systeme am Laufen zu halten, den Strom wieder günstiger zu machen für die Industrie und für die Privathaushalte, ist damit zu rechnen aus deiner Sicht? Also damit ist aus mehreren Gründen nicht zu rechnen. Erstens glaube ich nicht an die Hypothese, dass in den Beraterstäben noch Menschen mit gesundem Menschenverstand sitzen. Und zwar deswegen, weil man die Beraterstäbe von diesen Personen gereinigt hat. Man hat im Grunde genommen ja seine grün-rot-links-inspirierten Ideologen überall hingesetzt. Wenn man sich auch zum Teil anschaut, mit welchem Personal sich unsere Ministerialen da umgeben, also da ist der Greichen-Clan im Wirtschafts- und sogenannten Klimaministerium ja nur eine Sache. Das Gleiche haben wir überall in allen Ministerien, hat man Leute auf Staatssekretärs- und hohe Beamtenpositionen gehievt. Nicht nach Qualifikation, sondern nach Parteibuch. Man hat im Grunde genommen der Korruption fröhlich urständig gefeiert. Das ist ja reiner Nepotismus, eine Vetternwirtschaft, wie man in England früher gesagt hat, Jobs for the Boys and the Girls also. Und da kommt keine Rettung her aus diesem Bereich. Da gibt es vielleicht noch einige Versprengte, aber die werden sich nicht trauen, den Mund aufzumachen aus Angst, dass sie auch ausgetauscht werden. Also aus der Verwaltung wird da nichts kommen. Die einzigen, die im Moment noch der Bundesregierung sagen, dass sie Unsinn macht, das ist die Opposition, die man verächtlich macht, verfolgt und mit seltsamen, ja, linksfaschistoiden Methoden versucht, mundtot zu machen und überhaupt aus der Existenz zu komplementieren. Und einige wenige ausländische Staatsmänner, die es ja auf internationalen Konferenzen sagen, wie zum Beispiel Herr Orban oder andere. Und die Lernfähigkeit und der Lernwille dieser Bundesregierung, den würde ich mal mit Null ansetzen. Also das ist offensichtlich nicht der Fall, wenn man sich auch anschaut, dass also ein Herr Lindner und ein Herr Buschmann, also FDP-Mitglieder dieser Bundesregierung mit welchen hanebüchenen Argumenten, die diesen wirklich Todesstoß für die deutsche Wirtschaft verteidigen, den sie da also gemeinsam mit ihren sozialistischen und grünen Koalitionspartnern beschlossen haben. Da kann ich nur sagen, die FDP wird für dieses Verbrechen an der deutschen Wirtschaft zu Recht aus der Existenz heraus komplementiert werden. Ich wäre überrascht, wenn die FDP bei den nächsten Wahlen drei Prozent erreicht. Ja, die Stimmungslage, die du beschreibst, passt ja auch zu den Zustimmungswerten der aktuellen Regierungspolitiker. Die befinden sich ja auf historischen Tiefständen. Es gab noch nie eine Regierung, die bei den Menschen in Deutschland so unbeliebt war wie diese. Das ist auch in jedem Gespräch spürbar, was man mit Menschen führt, sei es Unternehmer oder Freunde, Nachbarschaft, wie auch immer. Keiner ist mehr glücklich über das, was hier in diesem Land passiert. Sind aus diesem Grund, aus deiner Meinung nach Neuwahlen unvermeidlich und jetzt dringend ratsam? Also aus zwei Gründen denke ich, dass Neuwahlen zum jetzigen Zeitpunkt nicht das Richtige sind. Erstens ist es so, dass die Neuwahlen würden jetzt nicht dazu führen, dass wir eine echte Wende bekommen würden. Wir würden vielleicht eine CDU-geführte Bundesregierung bekommen, die dann aber auch sich wieder mit Linken und Grünen zusammentun müsste, weil mit der AfD will man ja nicht. Das heißt, eine Mehrheitsfindung wäre nur deutlich links der Mitte auch dann wieder möglich. Das heißt, diese Politik würde unter anderem Namen fortgesetzt werden. Es ist im Übrigen auch nicht so, dass die CDU in irgendeiner Weise die Rettung vor dieser unsinnigen Politik wäre. Im Gegenteil. Die CDU-geführte Bundesregierung unter Frau Merkel hat 16 Jahre lang den Boden bereitet für diese Katastrophe. Und Herr Merz, in den viele ihre Hoffnungen gesetzt hatten, war von Anfang an eine zu schwache Figur, um diese links unterwanderte Partei wieder auf Kurs zu bringen. Die CDU heute ist nicht die CDU der 70er oder 80er Jahre. Die CDU heute ist weit links der SPD der 70er oder 80er Jahre. Also ein Helmut Schmidt hätte wahrscheinlich bei dieser Politik, die die heutige CDU macht, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil sie ihm weit, weit, weit viel zu links wäre. Und andere auch. Also das ist keine Partei, von der die Rettung kommt. Deswegen warne ich auch davor zu glauben, dass die CDU in irgendeiner Weise dieses Land kurieren könnte. Die CDU ist im Wesentlichen Mitschuld oder Hauptschuld daran, dass das passiert, was jetzt passiert. Denn das Zerstörungswerk der Ampel kann nur deswegen diese Formen annehmen, weil Frau Merkel das 16 Jahre lang vorbereitet und auf den Weg gebracht hat. Und Herr Merz unternimmt nichts, um die alten Merkelianer in der CDU einzugrenzen. Im Gegenteil, die werden Tag für Tag stärker. Schauen Sie sich die Ministerpräsidentenriege von Günther bis Wüst an und dann wissen Sie, was sie vor sich haben. Das sind keine konservativ-liberalen Politiker, sondern es sind Opportunisten, die, ich sag mal, ihr Fähnchen nach dem Wind hängen und die im Moment immer noch glauben, dass Klima und sonst was in Wählerstimmen bringt. Wenn sie es nicht mehr glauben würden, würden sie es natürlich sofort ändern, aber nicht aus Überzeugung, sondern aus Opportunismus. Diese Partei wird Deutschland nicht retten. Das ist ganz, ganz schlicht so. Das ist das eine. Und das andere ist, dass eine echte Wende, egal wer an die Regierung kommt, selbst wenn wir heute eine Regierung deutlich rechts der Mitte hätten, zum Beispiel unter Einbeziehung der AfD, wenn wir sie hätten, dann wäre auch von dieser Regierung zum aktuellen Zeitpunkt keine echte Wende zu erwarten. Und zwar, weil sie sie nicht durchsetzen könnte. Warum könnte sie sie nicht durchsetzen? Weil in diesem Land Entscheidungen notwendig sind, die schmerzvoll sind. Sehr schmerzvoll. Und diese schmerzvollen Entscheidungen werden erst dann akzeptiert, wenn der Schmerz des Nichtstuns größer ist, als der Schmerz etwas zu tun. Vorher werden die Leute das nicht akzeptieren. Sie werden es nicht einsehen. Jeder schreit nach Veränderungen, nur nicht bei sich selbst. Sobald der Rotstift angesetzt wird, bei allen anderen bitte nicht bei mir. Es ist aber notwendig, dass der Rotstift so gründlich angesetzt wird, dass der Staat um mindestens zwei Drittel, eher um drei Viertel zurückgestutzt wird. Die Staatsquote von über 50 auf deutlich unter 15 Prozent ist notwendig. Und diese Reform, die kann erst stattfinden, wenn der Schmerz der falschen Politik groß genug ist. Deswegen sage ich, lasst die schön ihre Legislaturperiode noch 20 Monate weitermachen. Dann erst wird der Schmerz so groß sein, dass die Leute nicht nur bereit sind, eine echte Reformregierung ins Amt zu wählen, sondern ihr auch zu gestatten, die notwendigen Maßnahmen zu treffen. Also die viel besprochene Katharsis werden wir durchlaufen müssen. Eine andere Lösung siehst du aktuell nicht. Nein. Ein anderes Thema ist, vielleicht Teil des perfekten Sturms, die Bankenlandschaft. Ich habe das jetzt rausgehört aus verschiedensten Gesprächen mit Bankern, die ich im privaten und beruflichen Umfeld geführt habe, dass es da doch an der einen oder anderen Stelle doch Sorge gibt über eine erneute Finanz- und Bankenkrise möglicherweise. Wie beurteilst du das Thema der Belastbarkeit der deutschen und europäischen Banken, gerade jetzt mal im Hinblick auf die Zinsentwicklung, die wir gesehen haben, die Anleihkurse und auch das Eigenkapital? Und welche Folgen hätten gewisse Szenarien? Also schauen wir uns an, was haben die Banken in ihren Büchern stehen. Die Banken haben einmal Anleihen in ihren Büchern, nicht zu knapp. Diese Anleihen haben einen Verlust erwirtschaftet in den letzten zwei Jahren durch die Zinserhöhung von weltweit über 20 Billionen Dollar. Und etwa ein Viertel davon dürfte auf die Banken entfallen sein. Die Banken in der westlichen Welt haben aber keine 5 Billionen Dollar Eigenkapital vorher gehabt, sondern nur dreieinhalb. Das heißt, grosso modo sind die Verluste aus den Anleihen höher als das Eigenkapital der Banken der westlichen Welt. Das heißt, sie haben keine Risikotragfähigkeit mehr. Sie können jetzt diese Anleihen nur noch halten bis zur Fälligkeit. Wenn sie das nicht tun, müssen sie es ja abschreiben. Wobei auch das Halten bis zur Fälligkeit bei Nichtabschreibung eigentlich Bilanzbetrug ist. Aber man winkt es durch, weil man die Folgen fürchtet, wenn man es anders macht. Man fürchtet die Folgen und diese Sache führt jetzt dazu, dass die größte Assetklasse auf der Welt, nämlich die Anleihen, illiquide geworden ist. Die zweitgrößte Assetklasse in Deutschland nach den Anleihen sind die Immobilien. Bei den Immobilien haben wir einen Rückgang der Kaufs- und Verkaufstransaktionen, insbesondere im privaten Immobilienbereich, aber auch im gewerblichen Immobilienbereich, von über 90 Prozent gesehen jetzt schon. Wir haben einen Rückgang der Preise um rund 30 Prozent gesehen. Wir haben einen Rückgang der Transaktionen um 90 Prozent gesehen. Damit auch einen Rückgang der neuen Hypothekenkredite, nicht der revolvierenden, aber der neuen auch um 90 Prozent. Und dieser Rückgang, der hat jetzt im Grunde genommen dazu geführt, dass auch Immobilien eine illiquide Assetklasse geworden sind, bei der mehr und mehr Teilnehmer des Marktes in Schwierigkeiten kommen. Gleichzeitig hat man ein Gesetz gemacht, das die privaten Immobilieneigentümer im Grunde genommen in Gänze enteignet. Und zwar total, weil die Kosten des Heizungsgesetzes, das Eigenkapital aller Immobilienbesitzer in Deutschland übersteigen. Das heißt also, die Leute, die auf die Immobilie als Altersversorgung gesetzt haben, die stehen jetzt vor der Situation, sich nochmal verschulden zu müssen in einem Maße, um das zu finanzieren, dass sie gar nicht können, weil sie gar keinen Cashflow haben, um diesen Kredit wieder abzuzahlen. Es ist gar nicht möglich. Und das Ergebnis ist, dass man ihnen dann, wenn sie es nicht tut, mit Strafen von 50.000 Euro droht, die sie auch nicht bezahlen können. Und das führt dazu, dass der Immobilienmarkt sich auch nicht erholen kann. Er wird sich auch dann nicht erholen, wenn die Zinsen fallen werden. Und fallen werden sie, weil das Teil des Rettungsprogramms sein wird. Das heißt, die zweitgrößte Assetklasse ist auch illiquide geworden. So, dann haben wir die drittgrößte Assetklasse. Das sind die Aktien. Die drittgrößte Assetklasse Aktien ist im Moment in einer Blase, die im Gegensatz zu Immobilien und Anleihen noch nicht geplatzt ist. Aber platzen wird sie. Und zwar spätestens dann, wenn entweder die Zinsen zu lange oben bleiben. Und dazu hat gerade die Bundesregierung massiv beigetragen, indem sie eine Schatteninflation nochmal erzeugt, die die Entscheidungsfindung in der EZB dramatisch erschwert, zumal die EZB ohnehin an der Stelle von massiver Inkompetenz und Unerfahrenheit geprägt ist. Warum ist sie das? Weil sie in ihrer gesamten Existenz so eine Situation wie die jetzige noch nie gehabt hat. Es befindet sich in der EZB kein Personal mehr, das in der Lage wäre, diese Situation richtig einzuschätzen und aus Erfahrung ein Erfahrungsurteil abgeben zu können. Alles, was die EZB dazu macht, ist mit Modellen zu arbeiten, die nachweislich falsch sind, die nachweislich untauglich sind, die Realität abzubilden, nämlich die Modelle der Modern Monetary Theory, die schon nicht in der Lage waren, die Inflation vorauszusehen oder das Verhalten der Inflation vorauszusehen, die auch jetzt nicht die richtigen Signale geben, weil diese Modelle spiegeln der EZB vor, dass der Inflationsrückgang Ergebnis der Zinserhöhungen der dadurch zurückgehenden Nachfrage sei, wo es in Wahrheit das Ergebnis platzender Blasen ist. Das heißt also, die Fähigkeit der EZB, damit umzugehen, ist gering und dementsprechend können wir davon ausgehen, dass hier die falschen Entscheidungen fallen werden. Das heißt, das wäre ja das Szenario, was du beschreibst, ein deflationärer Schock auf allen Ebenen. Wenn jetzt natürlich die Geldmengenausweitung wiederkommt durch die Zentralbanken, was sie ja als Krisenantwort häufig als die Ultima Ratio ansahen in der Vergangenheit, müsste das doch eigentlich wieder, zumindest zum Beispiel jetzt mal die Aktienmärkte nehmen, eigentlich nochmal dann beflügeln, oder? Ja, damit ist zu rechnen. Die Aktienmärkte sind auch deswegen momentanisch so stark, weil die Märkte ja einen Rückgang der Zinsen erwarten. Die Märkte sehen ja ganz klar, dass die platzenden Blasen die EZB und die FED unter Druck setzen. Und das ist der Grund, warum sie sagen, da müssten Aktien gut performen, weil die Zinssenkung um die Ecke ist. Die Bundesregierung hat aber eben dadurch, dass sie quasi eine künstliche Inflation nochmal nachgeschoben hat, dafür gesorgt, dass der Handlungsspielraum für Zinssenkung zunächst mal kleiner wird, als er normalerweise wäre. Und das Zweite ist, dass das eine Sache ist, die in sich aufschaukelnden Zyklen verläuft. Das heißt also, wir haben jetzt erstmal eine Inflationskrise gehabt, dann haben wir massiv die Zinsen erhöht, die platzenden Blasen waren das Ergebnis, jetzt stürzen wir auf die andere Seite der Rasierklinge in die Deflation. Dann, wie du gerade völlig zu Recht gesagt hast, kommt die nächste Rettung. Wie sieht die aus? Zinsen runter und zwar massiv, wahrscheinlich wieder auf Null und Liquiditätsflutung in die Märkte. Kapital an die Banken, billiges Geld an die Banken und möglicherweise auch eine massive Rekapitalisierung von Banken, die ja erforderlich sein wird, nämlich dann, wenn die Zinsen zu lange oben bleiben und die Zombies dann ins Kippen kommen, was sie ja jetzt schon zum großen Teil tun. Wir sehen ja im Moment massive Pleiten. Wir sehen sie vor allen Dingen in den Bereichen der Wirtschaft, wo der Leverage zu hoch ist, also wo die Verschuldungsgrade zu hoch sind. Wir haben jetzt gerade die Siegnerpleite gesehen. In einigen deutschen Großstädten sieht man also jetzt gewaltige Bauruinen, weil Siegnerpleite ist. Das wird noch interessant zu sehen, wie das da weitergeht. Ob sich da jemand findet, aus diesen Bauruinen nochmal was zu machen, oder ob die jahrelang ein Loch in die Innenstädte jetzt quasi gepflanzt haben. Das wird dann dazu führen, dass wir eine entsprechend starke Überreaktion auf der monetären Seite wieder sehen. Eine Ausdehnung der Geldmenge. Ich habe es ja in meinen Vorträgen in den letzten Monaten gesagt, dass das kommen wird. Nämlich in Höhe wahrscheinlich von 4 bis 8 Billionen Euro allein in Europa und nochmal das gleiche in Amerika. Damit verdoppeln wir aller Voraussicht nach nochmal die Zentralbankgeldmenge. Und damit werden wir zum nächsten Aufgalopp der Inflation kommen. Das heißt, die Zyklen werden größer, die Ausschläge werden größer. Mit jeder Handlung, die die EZB macht, wird der Ausschlag größer. Denn natürlich würde der nächste Inflationsaufgalopp bei solchen Geldmengen nicht bei 10% halt machen, sondern bei 20 oder 30. Steht denn zum Beispiel die USA im Vergleich zu Europa oder Deutschland jetzt besser da, aus deiner Sicht? Die haben glaube ich auch jetzt das Problem, dass einige Banken in die Verlustzone geraten sind. Gleichzeitig haben sie aber sehr günstige Energiepreise, locken Produzierende Unternehmen an. Wie siehst du die USA jetzt im Vergleich zu Deutschland und Europa? Die USA haben im Moment noch einen Vorteil. Der Vorteil kommt aus der Standortpolitik, aus der günstigen Energie. Und das spielt man auch ganz bewusst. Man hat ja auch letzten Endes die Sprengung der Ostsee-Pipeline geopolitisch genau aus dem Grunde begrüßt in den USA, mindestens begrüßt, wenn man nicht sogar involviert gewesen sein könnte. Und das hat ja die Energiekrise in Europa, insbesondere in Deutschland, verschärft und damit auch die Abwanderung energieintensiver Industrien in die USA beschleunigt. Das heißt, das ist eine ganz egoistische Politik, betrieben mit den Mitteln des Krieges. Also eine Pipeline wegzusprengen ist ja nun nicht irgendwie was. Und selbst wenn man die Ukraine vorgeschickt hat, man hat es auf jeden Fall begrüßt, wobei ich bezweifle, dass man die Ukraine vorgeschickt hat nach den Worten von Präsident Biden oder von dem, was auch der neue polnische Außenminister Sikorski damals nach der Sprengung der Pipelines gepostet hat auf Twitter, nämlich Thank you America oder so ähnlich hat er es, glaube ich, formuliert. Also das ist der Vorteil der USA, die billige Energie. Der Nachteil der USA ist zugleich einer ihrer noch bestehenden Vorteile, nämlich die Leitwährungsfunktion. Die Leitwährungsfunktion ermöglicht es den USA, flexibler zu sein in ihrer Geldpolitik, weil sie einen Großteil der Kosten auf die internationale Gemeinschaft überwälzen kann. Aber wir wissen aus den Ideen und Vorschlägen, die aus der BRICS kommen, dass diese Leitwährungsfunktion schwer unter Beschuss ist. Und das kann jeden Tag so weit sein, dass die BRICS sagen, jetzt steht unsere Infrastruktur und jetzt ziehen wir hier die Reißleine und wir wollen in Zukunft für unsere Überschüsse mit Gold bezahlt werden. Wenn das passiert, dann ist die Leitwährungsfunktion das Dollar per Dü und dann kehrt sich dieser Vorteil in einen Nachteil um. Dann ist allerdings schwer vorauszusehen, wie die internationalen Kapitalmärkte damit umgehen. Wie siehst du das Thema der Zentralbank-Digitalwährung, der CBDCs, die ja schon weitgehend diskutiert wurden? Viele befürchten ja, dass es der Wegbereiter ist in ein Social Scoring-System des Wohlgefallens nach chinesischem Vorbild. Glaubst du A, dass es kommt? Glaubst du B, dass man es überhaupt vernünftig umsetzen kann? Weil wir erleben ja auch, dass vieles, was man umsetzen will, eigentlich nur sehr amateurhaft und stümperhaft passiert. Gleichzeitig, glaubst du, dass die Menschen so ein System überhaupt akzeptieren würden? Wie ist deine Meinung zu dem Thema? Also, da stehen jetzt viele Fragen in einer. Ich glaube, dass die Zentralbanken mit Hochdruck daran arbeiten, aber ich glaube, dass die Zentralbanken zu inkompetent sind, um es fertigzustellen, bevor sie mit ihrer Weisheit ohnehin am Ende sind. Insofern habe ich die Hoffnung, die begründete Hoffnung, dass es nicht kommt. Das heißt aber nicht, dass es die Sicherheit sei, dass es nicht kommt. Weil natürlich, umso schlechter es ihnen geht, umso mehr Ressourcen werden sie an dieses Thema dranschmeißen, weil sie es für ihren Helden-Notausgang halten. Und natürlich ist damit verbunden, die Idee, das Bargeld abzuschaffen und ein chinesisches Social Scoring-Programm zu machen. Das wird bei uns anders heißen, das wird bei uns CO2-Konto heißen. Und dann wird man es schrittweise ergänzen mit Gendersprache, Wurkismus, Flagge vor die Tür hängen. Deutschland noch mehr beflaggen. Deutschland ist beflaggt wie seit 1936 nicht mehr. Und das ist ein Wohlverhaltens-Rating, was da geplant ist, schon sehr nach chinesischem Muster. Und ESG ist im Grunde genommen der Vorläufer dessen. Und zwar deswegen, weil ESG heute schon ein chinesisches Social Scoring ist. Nichts anderes als das. Und jetzt schon in die Kreditwürdigkeit der Unternehmen bei den Bank-Ratings einfließt. Ja, und das trickelt dann von oben herunter. Das heißt also, erst sind die Unternehmen dran, dann sind die Manager dran. Natürlich, die sind sozusagen verantwortlich für die Unternehmen. Das heißt, die werden dann als Nächste abgestraft. Und von dort aus geht es in die erste, zweite und dritte Führungsschicht der Unternehmen, bis es ganz unten bei dem Bürger ankommt. So wird man das sich wahrscheinlich vorstellen zu machen. Und man redet jetzt auch gleichzeitig über eine generelle elektronische ID für jeden Bürger in Europa. Damit, jetzt verknüpfen wir mal elektronische ID mit elektronischem Zentralbankgeld, CO2-Konto, ESG und dem Willen, auf jeden Fall die Machtfrage, die gestellt wird, zu überleben. Und dann wissen wir, was rauskommt. Ja, stimmt, sehe ich auch so. Ist an uns Menschen dann zu sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter? Also ganz klar, ich fordere jeden auf, die Annahme dieses Geldes zu verweigern. Kommen wir jetzt zu deiner unternehmerischen Tätigkeit. Du hast es jetzt auf verschiedensten Vorträgen, es ist auch publik gemacht, auch auf deinen Social-Media-Kanälen und angekündigt, dass das Start-up kurz vor Go-Live steht sozusagen, Gold Revolution. Das nimmt konkrete Formen an. Kannst du unsere Zuhörer mal auf den aktuellen Stand bringen, wann es voraussichtlich soweit sein wird und was auch der Mehrwert des neuen Geschäftskonzeptes für die Kunden dann sein wird? Ja, also es ist so, dass wir in den nächsten Tagen, ich hoffe noch vor Weihnachten, eine Landingpage online schalten werden, goldrevolution.com, wo man sich schon registrieren kann für dieses neue Gold-Unternehmen als Kunde. Man bekommt allerdings dann nicht nur die Registrierung als Kunde, sondern bekommt auch den Newsletter, man bekommt aktuelle Videos von mir, man bekommt aktuelle Publikationen. Einige Dinge werden dort auch exklusiv sein und zwar kostenlos natürlich. Man wird auch dort mein neues Buch, die Stunde Null, bestellen können. Wer es dort bestellt, bekommt es gleich signiert. Das heißt also, es wird eine Reihe von Informationsdienstleistungen geben, die ich auch in früherer Tätigkeit als Goldmanager schon gefördert habe, aber das ist ja jetzt ein verwaister Bereich, weil man sieht ja nicht überall Gold als politisches Produkt. Ich sehe aber Gold sehr wohl als politisches Produkt und zwar deswegen, weil es vor der Übergriffigkeit der Politik schützt. Nichts anderes ist der Hauptauftrag des Goldes, es ist der Schutz der Menschen vor der Übergriffigkeit der Politik und damit ist es ein politisches Produkt, Punkt. Und wer das nicht versteht, der hat Gold als Produkt nicht verstanden. So, das wird also, dort wird es viel Informationen geben, dort wird es auch Early Warning Indikatoren geben, es wird Chart-Services geben, über Edelmetalle, aber auch über volkswirtschaftliche Trends und Entwicklungen, die damit zusammenhängen. Es wird regelmäßige Updates von mir dort geben, per Video oder durch kurze Artikel etc. und es wird dann stufenweise ein Spektrum von Dienstleistungen eingeführt, das den Namen Gold Revolution auch verdient hat. Wir werden an der Stelle anfangen mit einem Online-Shop, relativ traditionell, wenn man so will, aber auch in der Ausprägung dieses Online-Shops innovativ. Wir werden den sehr schlank und sehr kosteneffizient gestalten. Das erreichen wir dadurch, dass es nur eine begrenzte Anzahl von Produkten gibt. Wir werden also ungefähr nur 40 Produkte dort anbieten, aber die werden so gestaltet, dass der Gold-Investor alle seine Gold-Investitionsbedarfe befriedigen kann damit, also Münzen und Barren in den entsprechenden Größen, aber eben nicht Hunderte. Und diese Fokussierung auf nur bestimmte Produkte wird es uns erlauben, sehr kosteneffizient zu sein und diesen Kostenvorteil auch zum großen Teil an den Kunden weitergeben zu können. Silber auch? Silber auch, ja. Also Gold und Silber, allerdings nicht all die anderen Metalle, weil wir die nicht für geeignet halten in einem Anlageportfolio, das genau diesem Zweck dient. Also der Mehrwert weiterer Metalle im Anlageportfolio, den halten wir für sehr begrenzt. In einem zweiten Schritt werden wir dann stationäre Shops in Deutschland, Österreich, Schweiz und Lichtenstein etablieren. Da gibt es ein hochinnovatives Shop-Konzept. Das sind sehr kleine, kompakte Shops, auch wieder hochkostengünstig mit nur einem Zehntel der Investitionen, die vergleichbare Wettbewerber für ihre Shops ausgeben. Und dort wird trotzdem das gesamte Dienstleistungsspektrum Ankauf, Verkauf und Schließfächer angeboten werden. Auf kleiner Fläche, hochkompakt und mit sehr innovativen Managementmethoden, die das Einkaufs- und auch das Verkaufserlebnis optimieren werden. Das ist allerdings, da bewegen wir uns noch auf dem traditionellen Bereich, außer in dem Umstand, dass wir das so machen werden, dass es von der Kostenstruktur her, dadurch, dass wir es auf der grünen Wiese bauen und dass wir es in der Fläche machen, also geplant sind, im deutschsprachigen Raum 100 Shops in den nächsten sieben Jahren zu eröffnen. Das heißt, wir werden überall präsent sein. Die Leute werden es auch nie weit zu ihrem Schließfach haben. Also nicht 100, 150 Kilometer zum Schließfach, das wollen wir nicht. Wir wollen im Prinzip den meisten Menschen Schließfächer anbieten können im Umkreis von 20 Kilometern. Das heißt, dass niemand zu lange braucht, um an sein Schließfach zu kommen. Das ist im Moment bei bankunabhängigen Anbietern bei weitem noch nicht der Fall. Die haben große zentrale Anlagen in den Großstädten. Klein- und mittlere Städte werden da vernachlässigt. Im dritten Schritt wird es dann ein internationales Warenlager geben, also internationale Goldlagermöglichkeiten geben für den Kunden. Das wird allerdings nicht erst kommen, wenn die stationären Shops da sind, sondern es wird Ende 2024 parallel hochgefahren. Dort wird der Kunde die Möglichkeit haben, sein Gold online zu kaufen und im Ausland unter notarieller Aufsicht physisch lagern zu lassen. Und zwar an einem von mehreren Standorten. Wir werden mehrere Standorte da über die Welt verteilt etablieren. Singapur wahrscheinlich, Vereinigte Arabische Emirate, Schweiz, Jersey, USA, Südamerika auch, möglicherweise Buenos Aires bietet sich ja jetzt an nach der Wende dort. Also wir werden verschiedene Standorte haben und wir werden dem Kunden die Möglichkeit geben, sein Gold für geringe Gebühr von Standort A nach Standort B elektronisch zu verschieben. Das heißt, er geht in sein Konto, schiebt das Gold von A nach B und dann ist es auch physisch dort. Wenn er sich dann da vor die Türe stellt und sagt, bitte aushändigen, dann bekommt das auch. Das heißt, der Vorteil für eure Kunden ist der, wenn jetzt ein Kunde sagt, ich möchte in die USA auswandern oder nach Singapur, dann kann er sein Gold, was er in Deutschland erworben hat, in euren Shops, dorthin transferieren lassen. Also wenn er es vorher schon eingelagert hat, dann ist es ganz leicht. Wenn er es physisch mit nach Hause genommen hat, muss er es erst wieder in das System einspeisen. Aber auch das geht. Das heißt, er braucht nicht im Flugzeug zu steigen mit ein paar Barren unterm Arm, was ja auch zusehen schwieriger wird. Das muss er nicht, sondern er verschiebt es elektronisch. Wenn er dann in Dallas ankommt und dort am Lager auftaucht und sagt, ich möchte es ausgehändigt bekommen, bekommt er das gegen Formkosten dann ausgehändigt. Gelagert wird es allerdings nicht in kleinen Einheiten, sondern in Standardbarren. Und es wird in jedem Lager vor Ort ein Notarbeauftragten werden, regelmäßig zu überprüfen, dass das Gold so wie versprochen auch vorhanden ist. Das heißt also, es wird aus unseren eigenen Händen rausgelegt, in fremde Hände, die kontrollieren, dass das Gold auch wirklich da ist. Und wenn es dann von A nach B verschoben wird, dann haben wir da unsere technischen Möglichkeiten, wie das geht, ohne dass das Gold transportiert wird. Weil sehr oft wird es so sein, dass es von einer in die andere Richtung und gegenläufig auch geht. Und dann werden wir an jedem Standort einen kleinen Puffer einrichten, sodass wir immer in der Lage sind, dem Wunsch des Kunden zu entsprechen, ohne sofort das Gold mit der gleichen Geschwindigkeit physisch bewegen zu müssen. Aber er hat es dann trotzdem physisch da vor Ort, wo er es haben will. Und dieses werden wir dann durch Kooperation mit anderen Kooperationspartnern auch dahingehend noch erweitern, dass er dieses Goldkonto, dieses internationale Goldkonto, wenn man so will, auch zum Zahlen mit seiner Kreditkarte oder Paypal oder Apple Pay etc. in der Zukunft benutzen können wird. Das heißt, er hat dann seinen Goldvorrat nicht nur weltweit mobil, sondern er hat ihn auch noch hundertprozentig liquide und kann ihn zum Bezahlen benutzen. Und ihr seid dann ja so eine Art Seismograph. Ihr erkennt wahrscheinlich sehr früh, wohin fließen die Gold- und Silberreserven unserer Kunden. Was sind die Hotspots für freiheitsliebende Menschen? Das ist natürlich auch ein spannender Thema. Wir werden da ein interessantes Markterlebnis kreieren, wenn man so will. Und wir werden den Leuten auch die Möglichkeit geben, sozusagen direkt zu tauschen. Das heißt also, wir werden einerseits anbieten, gegen Gebühr es zu transportieren, quasi umzubuchen auf unser Risiko. Oder wir werden den Kunden auch anbieten, gegen eine geringere Gebühr es zu swappen. Das heißt, Kunden können dann auf einem Marktplatz sagen, ich habe hier Gold in Buenos Aires, das möchte ich nach Singapur transportieren. Ist jemand da, der es umgekehrt machen möchte? Und können also quasi auf dem Marktplatz das anbieten und sich dann gegenseitig an der Stelle kostengünstiger helfen, als wir das tun könnten. Warum können wir das? Weil natürlich dadurch auch gewisse Teile des Risikos aus unserem Buch rausgenommen werden. Und damit kann man das dann auch kostengünstiger anbieten. Also es wird verschiedene Formen geben, wie der Kunde sich da optimieren kann. Und das gesamte Bündel wird so sein, dass er erstens das Gold physisch jederzeit verfügbar hat, wo er es haben will, auch bei sich zu Hause. Er kann es sich aushändigen lassen. Er kann es auf der Welt mobil überall hintransportieren und es damit vor der fiskalischen Gier besser schützen, als wenn er es einfach nur zu Hause unter das Kopfkissen legt. Er kann es zum Zahlen benutzen und damit hat er es liquide. Es ist ein Bündel von Dienstleistungen, das es so auf der Welt noch nicht gibt. Und deswegen haben wir das ganze Projekt auch Gold Revolution getauft. Gleichzeitig hat es so angekündigt, wir haben ja das Video veröffentlicht auf unserem Kanal, darum gehe ich in die Politik, dass du in die Politik gehen wirst, beziehungsweise dich politisch engagieren wirst. Jetzt gibt es ja viele Gerüchte darum, man sieht es jetzt auch schon in einigen Videos, es fällt da in den Namen häufiger, von Hans-Georg Maaßen natürlich auch und die Werteunion wird genannt in diesem Zusammenhang. Da scheint ziemlich viel zu passieren hinter den Kulissen. Kannst du uns aufklären, wie da der Stand ist und wo wir da aktuell stehen? Also das meiste, was ich aufklären kann, habe ich ja schon gesagt oder gepostet oder auf einem Hintergrundgespräch für die Hauptstadtpresse neulich in Berlin kundgetan. Es ist so, dass wir an einer Parteineugründung arbeiten, nicht ich alleine, sondern wir sind ein größeres Team, so viel kann ich bestätigen. Da bin ich nur einer von mehreren. Ich bin zwar der Erste, der sich geoutet hat und gesagt hat, ich mache da jetzt was, aber ich bin weder der dickste Fisch im Teich noch der wichtigste, sondern ich beteilige mich daran und unterstütze das und werde da auch eine gewisse Rolle annehmen, wenngleich ich da keine Funktionärsrolle einzunehmen gedenke vor den Bundestagswahlen 2025. Und zwar deswegen, weil ich den größten Teil meiner Aufmerksamkeit jetzt erstmal auf mein Unternehmen zu richten habe. Ich werde aber Teil dieses Teams sein, ich werde meinen Namen zur Verfügung stellen, ich werde auch meine Expertise im wirtschaftlichen Bereich zur Verfügung stellen und ich werde natürlich wesentlich beeinflussen, wie das Wirtschaftsprogramm aussieht, denn sonst brauche ich mich daran nicht zu beteiligen. Das heißt, das Wirtschaftsprogramm wird ganz klar libertär sein, es wird auf Minimalstaat hinauslaufen, es wird auf massive Einsparungen, ein deutliches Zurückdrängen des Einflusses des Staates und der Politik in das Leben der Menschen in diesem Land hinauslaufen. Und zwar richtig so, wie man das jetzt aus Argentinien auch sieht, mit der Kettensäge. Also das ist ganz klar, die Kettensäge könnte unser Parteiemblem sein. Und da sind noch andere daran beteiligt, da gibt es jetzt viele, viele Namen, die durch die Gegend schwirren, die ich weder bestätigen noch dementieren kann, weil einfach auch jeder für sich da, also ich sollte nicht vorwegnehmen, was einzelne Personen für sich entscheiden, wann sie mit ihren Entscheidungen an die Öffentlichkeit gehen. Das ist, glaube ich, nicht statthaft. Das hat mit mir ja auch keiner gemacht. Und also da glaube ich, das gebietet der Command, dass man das nicht tut. Aber dieses Team nimmt Gestalt an, Stück für Stück. Und wir werden Ende Januar, der genaue Termin steht noch nicht fest, da war irgendwas mit einer Zwei davor, werden wir eine Pressekonferenz abhalten, wo wir quasi da das lüften werden. Und ich denke, wir werden ab Weihnachten zwischen den Jahren wissen, wann genau der Termin sein wird. Und dann wird es einen Countdown geben. Und dann werden wir damit an die Öffentlichkeit gehen. Und da kann das Publikum mal davon ausgehen, dass wir hier erstens mit einem super Team anrücken, mit Leuten, die Erfahrung haben, in allen wesentlichen Bereichen der Politik, der Wirtschaft, des Gesellschaftslebens, von Energie über Verteidigung bis Familie, dass diese ganzen Themen werden wir mit höchst qualifizierten Personen, die auch einen Ruf da haben und einen Namen da haben und nicht irgendwie vorher mal Kinderbücher geschrieben haben, werden wir das abdecken. Und gefälschte Lebensläufe kann ich auch ausschließen. Das überlassen wir mal schön, den Grünen ihre Lebensläufe zu fälschen. Und das wird also ein sehr gutes Team sein. Dieses Team wird sich dann vorstellen und wird dann der Presse für Fragen auch zur Verfügung stehen. Und dann gehen wir an die Arbeit. Und wir werden in den Landtagswahlen vor allen Dingen in Sachsen und Thüringen antreten. Ich gehe davon aus, dass bis zum Herbst nächsten Jahres das Zerstörungswerk der Ampel oder ihrer Nachfolgeregierung, wenn also sie aus Altparteien besteht, so weitergehen wird, dass die Wut der Menschen so groß sein wird, dass wir in diesen beiden Bundesländern da schon die Wende bewerkstelligen. Und dass wir bei den allfälligen Bundestagswahlen stark genug werden, um mit an der Regierung beteiligt zu werden. Und es wird keine Linksregierung sein. So viel kann ich schon sagen. Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann wirst du dich einbringen, konzeptionell. Du wirst dich einbringen auch mit deiner Popularität, die du genießt. Aber wirst dich zunächst fokussieren auf deine unternehmerische Tätigkeit. Schließt aber die Übernahme eines politischen Amtes dann ab 2025 auf Bundes- und oder Landesebene nicht aus? Auf Landesebene werde ich es nicht tun. Auf Bundesebene werde ich es tun, falls es uns gelingt, die Wende herbeizuführen. Ich sehe aber die Chancen gut, weil ich verlasse mich da auf Herrn Linden, Herrn Habeck und Herrn Scholz. Die werden nämlich nicht aufhören, diesen Unsinn zu machen. Und umso mehr, die da machen. Sie haben es ja gerade wieder bewiesen. Also sie haben das Land einen großen Schritt näher an den Abgrund geschoben, gerade mit ihrem sogenannten Kompromiss, für den sie sich jetzt Bauch pinseln. Und ich verlasse mich darauf, dass sie damit nicht aufhören. Die können doch gar nicht damit aufhören, weil das würde erfordern, dass man endlich mal nachdenkt und dass man vor allen Dingen einsieht, dass man bisher falsch gelegen hat. Und das ist bei dieser von der Arroganz der Macht beseelten politischen Klasse nicht zu erwarten. Und also werden wir eine Verschlechterung der Situation sehen und die verläuft exponentiell. Das heißt also, die nächsten zwei Jahre werden mehr Schaden anrichten als die letzten zehn. Und dann werden die Leute sehen, dass der Sozialismus ein schlechtes Modell ist. Und sie werden antisozialistische Parteien wählen. Ob das die AfD ist oder wir, das wird sich dann zeigen. Ich sehe aber voraus, dass die Leute nicht mehr bereit sein werden, einer in der Wolle links gefärbten CDU die Stimme zu geben. Zum großen Teil. Ich sehe nicht, wie die CSU die 5-Prozent-Hürde schaffen soll. Ich sehe auch nicht, wie die FDP die 5-Prozent-Hürde schaffen soll. Die Linken sind jetzt schon drunter. Und von ein paar gehypten Artikeln in der Linkspresse abgesehen, liegt auch die Wagenknecht-Partei drunter. Und wir haben sonstige Parteien im Moment stärker als nie. Nämlich mit 10 bis 11 Prozent in den Umfragen. Und wir haben ein riesiges Reservoir an Nichtwählern, die von dieser Politik sich abgestoßen fühlen. Denen wir aber in der Mitte des politischen Spektrums neue Heimat bieten können. Und dann bin ich zuversichtlich, dass es uns gelingt, diesem Land eine politische Wende zu geben. Und dann werde ich auch für ein Amt zur Verfügung stehen. Zumindest für kurze Zeit. Solange wir brauchen, um die Reformen durchzuführen. Reformen durchführen ist ein gutes Stichwort. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die bestehende Regierung bis 2025 weitermacht und sie ändert nicht radikal ihre Vorgehensweise, dann wird die deutsche Industrie strukturell stark erodiert sein. Was muss da notwendigerweise dann getan werden? Was macht dich optimistisch? Dann wieder die Trend umkehrt zu schaffen. Wir stehen vielleicht dann vor der Situation, dass wirklich sehr, sehr viele Wittgenständler ausgewandert sind mit ihren Produktionsstätten, die verlagert haben. Es wird vielleicht der Fall sein, dass einige Unternehmen in die Insolvenz abgerutscht sind. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt könnte sich im Vergleich zu heute auch nochmal dramatisch verändern. Wir haben ja zugegebenermaßen heute noch nicht diesen riesen Impact auf den Arbeitsmarkt. Muss man ja sagen. Da werden Leute gesucht überall. Was macht dich optimistisch, dass es wieder dann in eine andere Richtung gehen kann? Und was sind die größten Stellhebel, die dann einfach mal in Bewegung gesetzt werden müssen, um das zu erreichen? Also zunächst ist es so, dass viele Unternehmen abwandern werden und es wird sich beschleunigen. Wir haben das ja jetzt auch schon. Und du glaubst, die kriegst du mal wieder zurück? Ich glaube, dass man die zurückbekommt, und zwar, wenn man nur radikal genug reformiert. Es ist völlig klar, dass wir ein Modell sein müssen, wo jeder sagt, da muss ich jetzt sein. Weniger darf es nicht sein. Also wenn wir ein so ein Mittelwegmodell, so wie wir ein bisschen hier, ein bisschen schrauben, da ein bisschen schrauben, so wird es nicht funktionieren. Das langt wahrscheinlich nicht, um die Leute wieder aus den Vereinigten Staaten oder sonst wo zurückzuholen. Also das Gefälle, das Attraktivitätsgefälle muss enorm sein, um die Leute zurückzuholen. Und es muss das Vertrauen da sein, dass die nächste Regierung das nicht wieder alles zurückdrehen kann. Und da sage ich mal, da habe ich jetzt eine Menge von den Grünen gelernt, wie man Politik so gestaltet, dass man es der Nachfolgeregierung schwer macht, das zurückzudrehen. Wir haben Atomausstieg haben ja gesehen, wie sie also sogar gerade stillgelegte Atomkraftwerke dann technisch sabotieren, damit man sie ja nicht mehr in Betrieb nehmen kann. Das ist ein interessantes Modell. Das ist insofern ein interessantes Modell, als ich sage, wir müssen sehr radikal vorgehen. Das heißt, wir müssen zunächst mal die Ausgaben des Staates um mindestens zwei Drittel zurückfahren. Das setzt voraus, dass wir auch zwei Drittel oder drei Viertel aller Ministerien schließen, dass wir die gesamten, daran hängenden Bundesbehörden schließen, dass wir die gesamten Bundesbeauftragten abschaffen. Die brauchen wir alle nicht. Also da finde ich keinen, wo ich sage, den brauchen wir. Nicht einen. Das bedeutet, dass wir beim Bundeshaushalt runterkommen von etwa 470 Milliarden auf etwa 130 Milliarden pro Jahr. Das schaffen wir. Und das bedeutet, dass wir den größten Teil der Sozialversicherungsabgaben nicht mehr haben, weil wir das privatisieren können. Das bedeutet eine massive Privatisierung. Und damit können wir im Prinzip sämtliche Steuern abschaffen, die Leistung beeinträchtigen. Also alle Leistungssteuern müssen weg und alle Bagatellsteuern müssen weg, alle Neidsteuern müssen weg und alle Erziehungssteuern müssen weg. Und dann bleibt nur noch eine Steuer übrig. Das ist die Umsatzsteuer. Die wird umgebaut in eine Konsumsteuer. Der Konsum wird in Zukunft so besteuert, dass der Staat etwa 12,5 Prozent des Brutto-Sozialprodukts mit dieser Konsumsteuer abschöpft. Alles andere wird nicht mehr besteuert. Keine Einkommenssteuer, keine Gewerbesteuer, keine Körperschaftssteuer, kein Solidaritätszuschlag, keine Kirchensteuer, auch natürlich keine Tabaksteuer, keine Mineralölsteuer, keine CO2-Steuer, keine Plastiksteuer, keine Schaumweinsteuer. Schaumweinsteuer auch nicht mehr. Es sei denn, irgendwer will die Kaiserliche Flotte zurückhaben. Das sehe ich aber nicht. Denn dafür wurde sie mal aufgelegt, um die Kaiserliche Flotte zu finanzieren. Jetzt liegt die seit, ich glaube, 100 Jahren oder so, über 100 Jahren auf dem Meeresgrund. Die Steuer zahlen wir immer noch. Wo geht die eigentlich hin? Die wird genauso, diese Steuern werden genauso versenkt von unserer Regierung, wie die Kaiserliche Flotte versenkt worden ist. Nichts anderes als das. Aber vielleicht geht es ja genau dahin. Sie verschwinden nie wieder. Sie verschwinden nie wieder und das werden wir diesmal anders machen. Wenn wir die alle abschaffen, brauchen wir auch keine Finanzämter mehr. Die können wir schließen. Das heißt also, die Akten werden dann sofort geschreddert. Die werden vernichtet. Alle Daten über den Bürger, über sein Einkommen, sein Vermögen werden sofort zerstört. Auch die Erbschaftsstör wird vernichtet. Also auch alle Akten dazu. Den Staat geht es nichts mehr an in diesem neuen Modell, was der Bürger verdient oder was er hat. So, und das wird lichten Stein auf Cux. Und wenn wir das so machen, dann bedeutet das, dass kein Unternehmer dieser Welt noch sagt, ich will nicht in Deutschland sein. Alle werden sie zurückströmen. Das klingt nach paradiesischen Verhältnissen für strebsame, fleißige Menschen. Gleichzeitig jetzt aber nochmal danach gefragt. Das bedeutet ja, ihr werdet ja nicht eine absolute Mehrheit haben und könnt diese Dinge durchpeitschen. Ihr werdet in einer irgendeiner gearteten konservativen Koalition euch aufhalten. Glaubst du denn nicht, dass diese Schritte, wie du sie gerade formuliert hast, dann, die sind ja radikal, wobei radikal ja nichts negativ behaftet ist. Das ist ja an der Wurzel packend sozusagen. Glaubst du, dass diese Schritte, diese Vorgehensweise in dieser Radikalität, wie du sie beschreibst, die sicherlich einen riesen Effekt hätte auf den Standort Deutschland, glaubst du, die sind durchsetzbar? Zunächst mal gibt es natürlich eine Menge Leute, denen das wehtun wird. Die Verkleinerung des Staatsapparates setzt natürlich voraus, dass wir auch die dort beschäftigten Menschen freisetzen, zum großen Teil. Aber ich sehe nicht, dass die lange arbeitslos bleiben, denn im Gegensatz zu vielen anderen sind die ja immerhin einigermaßen ausgebildet. Jemand, der sich mit Steuern befasst, der kann auch Controlling, der kann auch Finanzierung, der kann eine Menge. Also die Leute, die in den Finanzämtern zum Beispiel gearbeitet haben, die sind flexibel genug ausgebildet, um auch was anderes zu machen, als Steuern einzutreiben. Rechnen können die auch. Und diese Leute werden in einem Land, in das unvorstellbare Mengenkapital plötzlich hineinströmen, durch die neue Gestaltung, extrem schnell Arbeit finden, die besser bezahlt ist, als das, was sie bisher gemacht haben. Bis ein, zwei Jahre herum sind, werden die froh sein, dass sie nicht mehr in der Amtsstube sitzen, sondern es wird eine Befreiung für die sein. Es wird eine Befreiung für die Menschen sein. Plötzlich dürfen die wieder kreativ sein. Der ganze Druck, dieses ganze Vorschriftenhubern, das ist alles weg. Wir sind doch in einem Land, wo Menschen, die etwas produzieren wollen, das nicht tun können, ohne die Erlaubnis von Menschen zu bekommen, die noch nie etwas produziert haben. Und das stellen wir ab. Und auch die Menschen, die in diesem bürokratischen System durch eigene Schuld oder durch fremde Schuld gefangen sind, die werden auch befreit. Wir befreien die Menschen aus ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und es wird ihnen materiell, auch denen, die zunächst mal ihren Job im Staat verlieren, nach kürzer Zeit sehr viel besser gehen. Es wird eine riesige Nachfrage nach Arbeitskräften da sein, die gar nicht erfüllt werden kann, bei so viel Kapital, was da rein strömt. Denn wenn wir tatsächlich die direkten Steuern auf Null setzen, dann bedeutet das, dass wir der attraktivste Standort auf dem Planeten sind. Definitiv. Und dann wird auf dieser Welt jeder sich aufmachen und sagen, das muss ich mir ansehen. Und ich bin sicher, dass es ein, das ist das Modell, wo wir tatsächlich Vorbild sein können. Nicht dieser Klimamüll, mit dem uns die Grünen zum Vorbild für die Welt machen wollen und uns nur lächerlich machen auf dem Planeten. Nein, dieses Modell ist das Modell, das funktioniert ökonomisch und deswegen wird es Vorbild sein. Und dann werden viele das auch nachmachen, aber sie werden es erst die Jahre später nachmachen, nachdem wir demonstriert haben, wie gut das ökonomisch läuft. Das ist wahre Nachhaltigkeit. Und das bedeutet, dass wir zwei Bedingungen haben müssen. Die eine ist, wir müssen natürlich gemeinsam mit einem Koalitionspartner die Mehrheit erreichen. Da bin ich zuversichtlich, dass wir das schaffen. Und zwar deswegen, weil die Katastrophe, die diese Regierung produziert, einfach groß genug sein wird, um solche Mehrheiten zu erreichen. Und das bedeutet zweitens, dass wir dann in den Koalitionsverhandlungen das durchsetzen können. Und da gibt es verschiedene Komponenten. Es ist ja so, dass zum Beispiel auch eine AfD auch ihre Zielvorstellungen hat. Und jetzt gibt es Teile der AfD, die glauben sehr viel fester an den Staat, als ich das je getan hätte. Das weiß ich, aber ich weiß vor allen Dingen, dass die AfD eine Sache unter allen Umständen durchgesetzt haben will. Und das kann sie mit uns. Nämlich nicht nur das Beenden, sondern das Rückgängigmachen der Migrationspolitik. Ohne eine Rückgängigmachung der Migrationspolitik wird dieses Land keinen inneren Frieden mehr finden. Alle, die sich hier illegal aufhalten, müssen das Land verlassen. Punkt. Gar keine Frage. Sie wurden illegal reingeholt und jetzt werden sie legal nach Hause geschickt, wenn es dann so weit ist. Und diese Sache, die kann auch eine AfD nur mit uns machen, wenn es dann so weit ist. Dass ich auf eine CDU als Koalitionspartner setze, das ist schwer vorstellbar. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Rest-CDU, die dann noch da ist, sich so zerlegt, dass da einzelne Teilparteien oder Teilsplitter da noch da sind oder Abspaltungen noch da sind, die dann mit uns auch kooperieren. Das wird sich dann zeigen. Diese Maßnahmen, die du beschrieben hast, also jetzt mal rein ökonomischer Natur und die die wirtschaftlichen Anreize dann bilden, um wieder Industrie anzusiedeln und Arbeitsplätze und Wohlstand zu schaffen, die sind wahrscheinlich ja nicht von jetzt auf gleich realisierbar. Wird es dann ein mehr Stufenplan, also du brauchst einen mehr Stufenplan, über welchen Zeithorizont erachtest du es als realistisch, von der Zeitschiene her gesehen, solche Maßnahmen erfolgreich zu implementieren? Was wir nicht in den ersten vier Wochen machen, kriegen wir nicht mehr hin. Also von 0 auf 100? Von 0 auf 100 und zwar sofort und alles. Es muss ein Strukturbereinigungsgesetz her, in dem all diese Behörden, Ministerien und so weiter geschlossen werden, in dem all diese Steuern abgeschafft werden, in dem die gesamten Regulierungen rückgängig gemacht werden, mit denen man die Wirtschaft gegängelt hat, von DSGVO über Lieferkettengesetz bis Nachhaltigkeitsbericht. Das kann alles weg, das braucht kein Mensch. Die ganzen Überregulierungen, auch die ganzen Bauvorschriften aus Brüssel, die 15.000, die da in den letzten 20 Jahren herabgeprasselt sind, das Heizungsgesetz, alles was die Ampel im Grunde genommen macht, werden wir mit einem Federstrich am ersten Tag aus der Existenz hebeln. Es wird ein Sammelgesetz gemacht, bei dem alle Maßnahmen gebündelt am ersten Tag ins Parlament kommen. Und das wird in Ruhe vorbereitet. Dafür haben wir hoffentlich noch zwei Jahre Zeit. Und diese Vorbereitungen laufen auch schon. Die Listen, welche Gesetze gestrichen werden sollen, die werden schon angelegt. Die Listen, welche Behörden und welche Ministerien geschlossen werden sollen, die werden schon angelegt. Die Listen der Maßnahmen zur Entbürokratisierung und zur Befreiung der Kreativität der Menschen werden schon angelegt. Das reicht von einer Entschlackung des Arbeitsrechts, was man weitgehend abschaffen kann, denn Recht ist, was Menschen dann miteinander vereinbaren, über eine weitgehende Abschaffung der Einschränkungen im Mietrecht. Auch da gilt in Zukunft, Recht ist, was Menschen miteinander vereinbaren, über ein Entfernen des Staates aus sämtlichen Einmischungen, die er sich so erlaubt hat, von Preiskontrollen über Mengenkontrollen, über Importkontrollen, über eine Abschaffung der Zölle und eine Abschaffung der nichttarifären Handelshemmnisse, einem Ausstieg aus allen Sanktionswerken, die den Handel hemmen. Also Sanktionen sind im Prinzip ein Mittel der zivilen Kriegsführung. Das brauchen wir nicht. Wir wollen mit Frieden mit allen unseren Nachbarn auskommen. Das heißt, der freie Handel, der stellt das sicher am besten. Wenn wir frei miteinander handeln, dann kommen wir auch am besten miteinander aus. Das ist meine persönliche Überzeugung. All das muss sehr, sehr schnell passieren. Und es wird auch sofort dann umgesetzt. Ich bin sicher, dass das zu einer Explosion des Wohlstands im Land führen wird. Und zwar genauso wie 1948 nach der Währungsreform. Die Währungsreform war ja nicht deswegen allein so erfolgreich, weil neues Geld da war, sondern die Währungsreform war vor allen Dingen auch deswegen erfolgreich, weil am gleichen Tag alle Preiskontrollen abgeschafft worden sind, mit denen man die Wirtschaft seit den 20er Jahren dann zunehmend im Nationalsozialismus und weiter in den Besatzungsregimen nach 1945 gegängelt hat. Und was jedes Produktivitätswachstum abgewirkt hat. Das war Sozialismus im Grunde genommen. Sozialismus pur. Den hat Erhard im Handstreich abgeschafft an einem Tag. Und schon ging es los. Am nächsten Tag waren die Schaufenster voll und Deutschland erlebte das Wirtschaftswunder. Ostdeutschland erlebte kein Wirtschaftswunder. Deswegen ist es auch falsch zu denken, dass es der Nachholbedarf nach dem Krieg gewesen wäre, der das ermöglicht hätte. Nein, es ist die Entfaltung der Marktwirtschaft, die Entfaltung freier Preisbildung, die Entfaltung der freien Kreativität der Menschen, des Unternehmertums. Nur der Unternehmerschaft werte der Staat schafft gar nichts. Der Staat schafft nur Wohlstand ab. Jetzt ist das ja ein Programm, was wahrscheinlich wie Musik in den Ohren freiheitsliebender Menschen klingt. Jetzt gibt es aber auch Menschen, die fühlen sich sehr, sehr wohl in ihrer Behördenstube. Das ist so eine gewisse Sicherheit, die einem da umgibt. Ja, es kann nichts passieren, egal ob ich gut leiste, schlecht leiste, wie auch immer. Man ist ganz gut abgesichert über eine Pension, die es anschließend gibt. Glaubst du denn, du kannst alle Menschen anstecken und abholen mit dieser Vision? Oder was machen wir mit den Leuten, die gar nicht der Freiheit zugewendet sind? Also alle Menschen... Unfreiheit überfahren wollen, aber dafür in Sicherheit. Also alle Menschen abholen, damit wird nicht gelingen. Es wird immer welche geben, die dagegen sind. Es gibt ja auch genug Linke. Also jemand, der überzeugt der Linker ist, wird mein Programm für Hassen wie der Teufel des Weihwassers. Das ist aber auch gar nicht das Ziel. Wir brauchen eine Mehrheit. Wir brauchen eine Mehrheit dafür. Und wenn wir die Mehrheiten dafür haben, dann wird es umgesetzt. Und dann werden die, die da nicht dafür sind, die müssen dann mitlaufen. Es wird ja im Moment auch von allen, die den ganzen Klimaunsinn nicht mittragen wollen, verlangt, dass sie ihn mittragen und mitbezahlen. Das ist ja auch eine Mehrheitsentscheidung anscheinend, jedenfalls bisher gewesen. Wenn die Mehrheit der Meinung war, sie kann die Minderheit besteuern bis zum Exzess und sie berauben, dann hat die Minderheit bisher auch da mitgespielt. Die ganze Gängelung war auch nicht jedermanns Sache in diesem Land. Trotzdem haben die Leute gesagt, ich halte mich an Recht und Gesetz. So wird es diesmal auch sein. Die Mehrheit wird das entscheiden und dann werden wir das umsetzen. Und ich bin sicher, dass wir eine Mehrheit finden, weil diese Mehrheit wird sich dadurch finden, aus Enttäuschung über das, was jetzt passiert. Die Leute werden lernen, dass der Sozialismus Unsinn ist. Und dann werden sie uns eine Mehrheit geben. Wenn sie es nicht tun, dann bleibt eigentlich nur noch auswandern. Aber ich bin überzeugt, dass sie es tun werden. Und dann wird es umgesetzt. Und dann werden die, die dagegen sind, die werden sich auch anpassen müssen. Die werden dann später lernen, dass es eine tolle Idee war, weil die werden alle wohlhabend werden. Denn in ihrer Nische werden sie nicht mehr existieren können. Die werden in ihrer Nische nicht mehr klarkommen. Die werden aus ihrer Nische rauskommen, aus ihrer Wohlfühlecke, werden sie rauskommen müssen, wenn sie sich ernähren wollen, wenn sie sich bekleiden wollen, wenn sie sich behausen wollen. Und das werden sie alles wollen. Und dann werden sie Leistungsträger. Und als Leistungsträger werden sie nach ein paar Jahren sich das Alte nicht mehr zurückwünschen. Da bin ich überzeugt davon. Jetzt steht Weihnachten kurz vor der Tür. Besinnliche Tage, die viele im Kreise ihrer Familie verbringen. Was bedeutet für dich Weihnachten ganz persönlich und wie wirst du die Weihnachtstage verbringen? Also Weihnachten für mich ist Familie, Familie, Familie. Es ist die Zeit des Jahres, wo alle meine Kinder und auch mein Enkelkind nach Hause kommen, zu meiner Frau und zu mir, wo wir dann gemeinsam Zeit miteinander verbringen, wo wir gemeinsam feiern, wo wir gemeinsam uns um den Weihnachtsbaum versammeln und Geschenke austauschen und uns ein glückliches Weihnachten gegenseitig wünschen, wo wir uns als Familie die Liebe schenken, die Familie schenkt. In einer besonders intensiven Weise dann, weil wir dann wirklich mal wieder unter uns sind. Wir werden dann gemeinsam kochen, gemeinsam essen, uns gemeinsam wohlfühlen, gemeinsam Pläne fürs neue Jahr machen und ja, einfach Gott danken dafür, dass wir auch dieses Jahr, auch wenn es kein leichtes gewesen ist, sicher für unsere Familie war es ein durchaus sehr schwieriges Jahr mit all den Anfeindungen und Angriffen, die wir erlebt haben. Aber wir werden Gott danken dafür, dass wir auch dieses schwierige Jahr überstanden haben und hoffen, dass wir auf ein stärkeres und besseres Jahr zulaufen, auch wenn ich weiß, dass 2024 wahrscheinlich für niemanden leicht wird. Das ist eine schöne Überleitung zu meiner letzten Frage. Was möchtest du all den Zuhörern sagen, die vielleicht jetzt gerade in der aktuellen Situation den Mut, die Hoffnung und den Glauben daran verlieren, dass in diesem Land für sich selbst oder für ihre Kinder oder Enkelkinder die Zukunft noch lebenswert ist? Was sagst du all diesen Menschen? Ich kann verstehen, dass angesichts des Wahnsinns unserer Politik und den hat ja, wie wir eingangs dieses Gesprächs gesehen haben, die Ampel ja jetzt aufs Neue zelebriert, diesen Wahnsinn in einer Überheblichkeit, die kaum noch zu betreffen ist, dass angesichts dieses Wahnsinns die Menschen verzweifeln. Und sagen, dieses Land fährt vor die Wand und es ist nicht mehr zu retten. Aber die Wahrheit ist, dass dieses Land gerettet werden kann. Noch jedenfalls kann es gerettet werden. Und die Wahrheit ist auch, dass es immer in der Nacht vor Sonnenaufgang am dunkelsten ist. It's always darkest before dawn, sagen die Engländer. Vor Sonnenaufgang ist es am dunkelsten. Und so auch in dieser Sache. Wir haben als Land, wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen, eine ganz großartige, zivilisatorische Zukunft vor uns. Und die Voraussetzung dafür, dass wir diese Entscheidungen richtig treffen, sind nach aller Erfahrung, nach aller geschichtlichen Erfahrung, die Prüfungen, die dem vorausgehen. Die Katharsis. Die Katharsis ist das Ergebnis schlechter und falscher Entscheidungen. Die sehen wir heute täglich. Und jede schlechte und falsche Entscheidung macht den Schmerz größer und die absehbare Katastrophe auch. Aber sie macht auch den Schmerz des Lernens größer. Und dieses Lernen bei immer mehr Menschen, und da sehe ich einen sehr positiven Trend, denn vor drei, vier Jahren, vor Covid, war vielleicht fünf Prozent der Menschen aufgewacht. Heute sind 30 Prozent der Menschen aufgewacht. Wenn jeder von denen nur einen weiteren überzeugt, dann haben wir schon eine Mehrheit. Und ich bin sicher, das wird uns gelingen. Und zwar deswegen, weil die Menschen jeden Tag weniger das, was sie mit ihren eigenen Augen sehen und das, was ihnen von der Propaganda erzählt wird, in Übereinklang bringen können. Die kognitive Dissonanz, die muss ja ausgehalten werden. Und deswegen lernen die Menschen. Und sie werden 2024 die Lernkurve sehr steil und sehr schmerzhaft hochlaufen. Und weil das aber so ist, werden wir auch in der Lage sein, dieses Land zu reformieren, weil die Menschen es wollen werden. Und wenn wir das tun, dann können wir einen Prozess in Gang setzen, der uns zu ganz neuen Höhen führt. Warum ist das so? Die Marktwirtschaft ist im Grunde genommen ein ewiger Prozess von Versuch und Irrtum. Von Suchen nach der besten Lösung. Von Suchen nach neuen produktiven Methoden, nach neuen Produktmöglichkeiten, nach neuen Bedürfnissen der Menschen. Und weil das so ist, dass schlechte Ideen von der Marktwirtschaft aussortiert werden und gute Ideen aufblühen, bedeutet das, dass die Marktwirtschaft nichts anderes ist als eine gigantische Maschine auf der Suche nach Wahrheit. Die Wahrheit aber ist die Grundlage einer blühenden Zivilisation. Und umso mehr Wahrheit wir finden, umso größer wird unser zivilisatorischer Fortschritt. Also müssen wir nur genug Marktwirtschaft haben, um das alles zu bewerkstelligen. Das gilt übrigens nicht nur für Kauf und Verkauf von Gütern. Das gilt für alles andere auch. Das gilt für Kunst, Kultur, Philosophie, Musik, Architektur, Wissenschaft, für alles. Dort überall, wo der Wettbewerb herrscht und regiert, wird mehr Wahrheit produziert, als wo das nicht der Fall ist. Im Gegenteil, wo das nicht der Fall ist, wird die Lüge produziert. Also wird uns die Freiheit und die Marktwirtschaft mehr Wahrheit finden lassen und damit werden wir uns zu zivilisatorischen Höhen aufschwingen, von denen wir noch keine Ahnung haben. Und das ist das, was wir als Vision in dieses sehr, sehr schwere Jahr 2024 mit reinnehmen können. Wir können uns zu Höhen aufschwingen wie Engel auf Flügeln, wenn wir der Wahrheit dienen. Und die Wahrheit wird gefunden durch harte Arbeit und Wettbewerb und Freiheit und nicht durch Gängelung und Bürokratie und Bevormundung. Fantastisch. Also besteht Hoffnung auf eine glorreiche Zukunft. So ist es. Danke für dieses Interview. Ich wünsche dir, Markus, und deiner Familie, genauso wie unseren Zuhörern, ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr. Das wünsche ich Ihnen auch. Gesegnete Weihnachten, Geruhsamkeit, Stille, Nachdenken, Überlegen und Zuversicht. Und dann werden Sie Prüfungen 2024 bestehen. Wunderbar. Vielen Dank für dieses Interview. Gerne.